Sie wissen schon, dass Sie mein Lieblingsbusfahrer sind, oder? Oh, danke. Aber es gibt auch noch tausend von anderen Busfahrern, die bestimmt auch cool sind, oder? Ich habe noch mehr Lieblingsbusfahrer und Busfahrerinnen, aber Sie sind mein Liebster. Oh, da fühle ich mich wirklich geehrt. Okay. Stopp. Jawohl. Habt ihr auch einen Lieblingsbusfahrer oder eine Lieblingsbusfahrerin? Dann seid ihr jetzt genau richtig und ihr könnt unter Lieblingsbusfahrerin.de jetzt euren Lieblingsbusfahrer oder Lieblingsbusfahrerin nominieren. Was? Dabei gibt es sogar was zu gewinnen. Ihr könnt dort ein dreimonatiges Deutschland-Ticket-Abo gewinnen. Erzählt doch einfach ganz kurz auf der Webseite, warum ihr einen Lieblingsbusfahrer habt und was ihn so besonders macht. Teilt diese Geschichte gerne mit, ob er vielleicht mal singt oder rumtanzt oder die Fahrgäste sehr gut unterhält. Also man kann mich übrigens auch nominieren, wenn man möchte. Dann nehme ich doch jemand anders. Hmm.